Wie funktioniert die Videos im Islam? Wie funktioniert die Videos wieder ins Hand zu setzen, so dass man sie sich anschauen kann. So Videos wie zum Beispiel jetzt Dauerkurs und so von Bruder Mohamsa oder andere Unterrichtsvideos, die für viele sehr wichtig waren und auch vielleicht Dinge am Lernen waren. Aber wir wollten uns von unserer Seite nochmal entschuldigen und sagen, bitten um Geduld und beerdet ihn gleich der Allah, können jetzt etwas warten und einfach in der Zukunft uns für das neue Design umso mehr freuen. Und wir freuen uns für jeden, nochmal für jeden Bruder, jede Schwester, der auf die Seite geht und darauf profitiert. Vielen Dank.